so mit lieben freunde hallöchen popöchen und damit herzlich willkommen zu einem neuen angezockt spiel von wrench simulator und ihre realistische dingsbums etc 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 jo viele von euch auf diesem channel werden das spiel schon kennen weil wir das stream auf twitch natürlich ausgiebig gespielt umgestreamt haben auch zusammen mit dem firefox und mit anderen konsorten hier nochmal offiziell ein angespielt für youtube das bedeutet ich habe jetzt meine save dateien ein wenig anders da gesetzt so dass wir jetzt hier in aller ruhe neu starten können und ja dementsprechend mache ich auch die musik an dazu zu dem spiel die mache ich aber glaube ich noch mal ein bisschen lauter leise entschuldigung die tüte 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 jo und damit heiße 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 ist die lustig herzlich willkommen zu einem kleinen angetestet wir werden ungefähr ein stündchen hier rumeiern da müssen wir mal gucken wie lange wir das spielen so naja auf jeden fall wir werden hier ein bisschen das tutorial machen etc 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 und so ein kram und dementsprechend stelle ich mir erstmal die stoppuhr und dann gucken wir mal wir sind also hier wir spawnen müssen simulator das bedeutet wir müssen hier auch immer erst mal die einführung bis zum freien spiel und dann gucken wir mal was wir so machen so folge des blauen symbol und liest den brief wenn man natürlich machen ob ich hier alles hole oder nicht weiß ich nicht vielleicht mache ich das mal im let's show mit einem richtigen spielstand die werden wir das toll mal durch spielen und mal gucken wie das bei euch so ankommt auf jeden fall habe ich mir das spiel geholt und bin eigentlich ziemlich glücklich und bin mal gespannt was da so rauskommt mein liebes enkelkind wenn du diesen brief liest hast du dich bereit erklärt meinen letzten willen zu erfüllen und unsere familie range zu übernehmen sie ist etwas verwahrlost da ich keine zeit und gelegenheit hatte mich um sie zu kümmern ich habe dir im haus auf dem dachboden ein paar dinge hinterlassen die dir behilflich sein werden ich glaube an dich da super alles klar so ja mit jodd können wir quest locken öffnen aber so viele quests gibt es hier noch gar nicht dementsprechend müssen wir erst mal ein bisschen schauen was sie so abgeht ne diesen rasenmäher drin hier sind noch ein paar baumstämme drin aber wir machen erst mal nicht drum gekümmert ein bisschen verwahrlost wird sagen das sieht hier aus wie sau schalte das radio an die frage ist so komme ich da so dran es sieht hier echt auch nicht das machen wir aus finde das zählt warte mal zählt genau beim zelt können wir speichern so das radio haben wir angemacht da wird die auch mal glücklich sein es sieht ja aus wie sau aber natürlich können wir da so mit er können wir speichern mit e können wir schlafen halten wir mal e gedrückt speichern will ich jetzt das ist eigentlich egal können wir mal speichern warum nicht schlafen und speichern du kannst bis zum morgen schlafen und ein fortschritt jederzeit speichern das ist super zählt das zählt das erst ab 8 uhr das bedeutet wir können erst ab 20 uhr entferne das hindernis welches hindernis das ist hier oben ah ja stimmt hindernisse entfernen ist ja auch eine möglichkeit so mit tab können wir hier links bums auf können wir das abreißmenü öffnen hammer und gewehr und allem drum und dran kommen noch so weit sind wir noch nicht wir können unsere hände benutzen und sachen abreißen jemand springen ein bisschen knapper erdbo dach wohl also ich persönlich würde hier nicht über so einen dachboden fahren aber naja gut so was haben wir denn hier erst mal den brief lesen nimm diesen revolver mit im wald gibt es viele wilde tiere die die probleme bereiten könnten ich habe etwas geld und munition hinterlegt noch eine sache du wirst ein auto brauchen in der werkstatt am eingang der range steht ein altes nutzfahrzeug du kannst es mit ersatzteilen die du hier findest reparieren viel glück super das auto wird uns noch eine zeit lang begleiten so erst mal den revolver nehmen und munition und geld natürlich so haben wir jetzt schon mal ein revolver das schon mal ganz gut wie gesagt die oma sagt gibt es viele wilde tiere die uns die uns die an unserem leckeren popöchen knabbern wollen sage ich mal vorsichtig dementsprechend ist es immer ganz gut wenn die luci hier nicht ganz nicht ganz so unbewaffnet hier können wir das eigentlich schon wegräumen ja ja können wir auch jeder machen wir schon mal die straße weg wo das material hingeht weiß ich jetzt selbst auch noch nicht ganz das wird wahrscheinlich verschwindet dann einfach also recycling und so ein kram wird hier wahrscheinlich nicht passieren aber erst wenn die ganze kram weg weil das sieht echt ich weiß nicht ob aus dem haus noch was machen kann ich glaube aber nicht so wir müssen räder finden okay hier haben es und zu dem roten links boom ziehen bringen okay wenn du die rechte maustaste drückt kannst du hier kannst du nicht das ganze nicht halten aber mit der linken maustaste ganz loslassen ok warum denn nicht so hier ist noch ein reifen das wasser hat also ein paar shader probleme ok na gut es befindet sich noch in der early access in der sehr frühen alpha sozusagen das bedeutet mich spielen hier oben links sieht man natürlich early access version 0.341 ende des monats gibt gibt es ein größeres update da bin ich mal gespannt das werden wir natürlich dann im stream auch an testen und spielen natürlich mit den alt bewährten gegenständen mit den alt bewährten safe states dass wir da nicht immer von vorne anfangen müssen oder man kann ich hier wenn du c drückst kann man sich drucken dann kann man hier die ansicht ändern mit v wenn man es länger gedrückt hat kann man natürlich auch nie ego perspektive allein ich muss da rein das ist natürlich nicht so optimal na gut ich weiß gar nicht wie lange ich das jetzt machen normalerweise wollte ich schon letztes immer so ein stündchen machen aber ich denke mal ich mache das so lange wie ich möchte und zweitens so lange wie ich wie heißt ja ich denke mal wir machen das tutorial so ein bisschen so dass wir von allem mal so ein bisschen was haben vielleicht tier hätte ich gern von jedem eins ich kann doch hier das ja ist unsere farm es bedeutet treibstoff tank wunderbar und hier noch den letzten reifen nehmen und dann haben wir schon unser erstes fahrzeug das fahren ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig kanister platzieren kanister ja hier das objekt auf und halte den rechten maus button gedrückt um es zu platzieren das rolle ok um das zu ok so wir können mit dem mausrad können wir das ein bisschen hin und her drehen so dass das am besten optimal platzieren können erreiche die tankstelle mit dem können wir die map aufmachen das bedeutet wir müssen rechts raus richtung norden ja viel im tank ist nicht aber immerhin können wir das können wir dingsbums erreichen die tankstelle dann wollen wir erstmal so entspannt am anfang kannst du natürlich auch jagen dazu kommen wir dann später wenn man ein bisschen geld brauchen das ist für den anfang gar nicht mal so unwichtig ein bisschen money zu haben und damit kann man sich so ein bisschen über wasser hat man kann halt hier auch wildtiere jagen ich glaube hier laufen eins bis zwei glaube ich aber ich habe es jetzt immer nur einen auf einmal gesehen ein wolf läuft hier rum zwei bis drei rehe oder hirsche können hier irgendwie rumlaufen und dementsprechend können auto und kanister befüllen ok links klicken wir hier das ding weg es ist lustig so legen wir das hier in den wagen rein der schlauch hält keine angst geht auch noch länger glaube ich wir zahlen hier automatisch wenn wir es drücken oben rechts sehen wir die haushaltsbilanz wollen wir mal gucken ja das sieht schon ein bisschen spannhaft aus aber passt schon jetzt machen wir den kanister voll das geht relativ fix ein dollar pro liter ich weiß gar nicht ob das diesel oder benzin ist das ist ja hier ich glaube eher an amerika angelegen ich weiß nicht was sie da so großartig nehmen so sprich mit dem autoverkäufer da bin ich mal gespannt ich habe übrigens in meinen privatspielständen habe ich natürlich auch schon alle auch im together spielstand dem in dem wir auf twitch mit verschiedenen leuten zusammenspielen ich glaube beim letzten mal war mir echt zu viert hier unterwegs mit dem dark star mit dem glänzen mit dem firefox aber firefox ist derjenige der meisten immer mitspielt von daher es gibt hier noch ein paar interessante fehler die gehoben werden müssen vor allem frame drops wenn du zu viele tiere hast aber das wissen die publisher so wir müssen mit dem autoverkäufer sprechen willkommen hier kannst du ein auto kaufen oder es anpassen alle neukunden bauen wir für zehn dollar radios in ihre allradfahrzeuge ein fahrer einfach in die werkstatt hinter dem gebäude und baue das radio ein wenn du ein fahrzeug kaufen willst benutze den computer vor mir okay okay das bedeutet was der unterschied zwischen den autos also alle autos und das scheiden sich in ihrer technischen eigenschaft sowie ihrer kapazität weitere details findest du auf dem computer okay ja auto kaufen ist eigentlich relativ simpel bedeuten wir können uns hier die verschiedenen autos angucken gehen auf kaufen und dann steht vorm laden unser wagen das persönlich ist mein person man kann halt die autos ja jetzt nicht drehen oder so das bedeutet wir können nur wir sehen nur das was wir hier sehen mein persönlicher favorit ist ja hier dieser pickup der da passen jedes nutzfahrzeug was wir von der oma passen zwei schweine rauf hier passen zwei schweine oder ein schwein und eine kuh drauf das ist schon mal ganz gut das hat keine kapazität oder kaum sagen wir es mal so das ist ein etwas älterer pickup der ist nicht ganz so teuer hat aber die gleichen eigenschaften wie der andere fährt sich nur ein bisschen anders da und das ist natürlich der kleinen lastwagen damit können wir natürlich wenn wir irgendwann doch so weit sind dass wir hier den richtigen fetten tierhandel betreiben die können wir dann ordentlich damit dann wirtschaften dann gibt es eine limousine da passt nur ein bisschen was aufs dach also und der geländewagen da passt auch nur was aufs dach also dass das dann so sachen die würde ich die könnte man dann eigentlich kaufen wenn man die halt braucht oben ist natürlich jetzt zeit anzeige das bedeutet die shops haben auch bis zu einem gewissen grad offen und haben schließzeiten so wie sich das gehört natürlich jetzt müssen wir mit dem auto in die garage fahren wir können natürlich auch die farbe der autos ändern das ist alles schon möglich aber bis jetzt bauen wir erstmal nur das radio an der wohl farbton ne farbton kostet 50 dollar den will ich noch nicht ausgeben weil ich nicht weiß ob wir das vielleicht für andere sachen brauchen erstmals radio einbauen lassen und dann könnten eigentlich ja ich finde es für das oma fahrzeug ist es eigentlich passend so muss jetzt mit der verkäuferin sprechen das bedeutet wir müssen links weiter könnte natürlich auch durch den wald radeln aber da gibt es nur begrenzt was zu entdecken ein paar häuser ein paar sachen gibt es dazu entdecken das ist soweit ganz gut da direkt mit manch hat okay das passiert normalerweise nicht brauchen wir mal 34 beziehungsweise normalerweise brauchen man zwei schüsse für die und ich brauche vier wir haben jetzt unser erstes re erlegt und wir können die heute und können somit fleisch verkaufen das ist eigentlich ganz gut aber sowieso questmäßig zur verkäuferin müssen da können auch schon mal gleich ein bisschen geld bekommen soweit ich das weiß kostet gibt jedes fleisch paket 35 dollar also da gibt es bis jetzt von dem was ich gesehen und selbst herausgefunden habe gibt es da keine unterschiede zwischen den fleischbocken groß oder kleine sieht ganz gut aus auch die karakter modelle haben im stream ja schon größtenteils als wir das angespielt haben schon mal alles angeguckt die flachen stücke kann man übereinander stapeln das wird später noch von bedeutung aber so geht sozusagen das jagen kannst natürlich auch sterben ist natürlich ein bisschen blöd da muss halt aufpassen die wölfe die greifen dich natürlich auch an genauso wie bären und alles dazu kommen aber später die spornen gewissen real das ist hier im süden also in diese richtung da kann es dann natürlich schon mal schnell holprig werden er ist ein raumgang studie das ist nichts für zartbeseitete aber 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 unsere damen hier ist eine taffe lady lässt sich da nicht von so einem bären anquatschen oder von einem wolf anknabbern dementsprechend passt das schon muss sagen die enden mich so ein bisschen mit der sonnenbrille so ein bisschen muss ich da an claire redfield denken aus resident evil 2 ich weiß nicht warum so ok erstmal das fleisch verkaufen das mal man muss es nicht unbedingt hier so platzieren das reicht wenn du in die luft guckst und es fallen lässt hauptsache es auf der verkaufsfläche dementsprechend es ist ganz gut so einen kleinen bonus zu haben kann hier schallplatten einsammeln ich weiß nur nicht was das bringt vielleicht später noch bis jetzt haben die noch keine funktion so erstmal mit der verkäuferin sprechen hier was hast du dann so willkommen um einen kauf zu tätigen benutze das terminal im nächsten raum jaja die macht eigentlich gar nichts außer den ganzen mit ihrem handy zu spielen das machen wir alles am automaten das bedeutet die verkäufer und achtet eigentlich ist nur ladenhüterin sozusagen so wir brauchen eine brechstange wir brauchen eine achse und ein hammer das ist doch schon mal ganz gut das sind so die grundlegenden werkzeuge die wir haben dass wir hier den hammer und das abreißen halt dann auch benutzen können so mit der achse können wir bäume fällen und so weiter und so fort jetzt müssen wir noch ein eierkorb kaufen dazu sollte das geld ausreichen und zwei hühner ich würde gern und nahe kaufen dann könnten wir eigentlich mal so langsam anfang vielleicht reicht das ich probiere es einfach mal ich probiere es einfach mal ich habe jetzt mal zwei hühner unten hahn gekauft ich hoffe das geld reicht aus weil dann können wir nämlich gucken dass er vielleicht eine hühnerzucht oder so aufbauen das wäre schon mal ganz gut so wir nehmen das huhn du blödes huhn ich finde es ja immer so ein bisschen dieses jenga spielen hier dieses puzzeln mit dem platz finde ich ja immer ganz gut wenn man halt wirklich jeden millimeter bis zum anreiz ausreizt aus reizt mal wirklich möglichst viel drauf zu platzieren das hat mir am anfang immer sehr viel spaß gemacht bis man dann wenn man dann halt später eine schweine zucht anfängt damit macht man halt aktuell leider das meiste geld zurück zurück zu renn ja es ist schon 17 uhr das bedeutet wir können heimfahren da fahren wir doch am besten hier durch den durch den weg ja haben wir auf dem richtigen weg so dann müssen wir jetzt mal gucken was die quest von uns will ich werde jetzt am anfang also mit ich sag's ganz ehrlich kohlemäßig lohnt es sich überhaupt nicht irgendwie eier zu verkaufen oder eier zu züchten das macht man eher so zum hobby vielleicht aktuell hat man auch noch keine verwendung für die eier außer was weiß ich die kannst du irgendwie fallen lassen sind sie kaputt oder du kannst halt wirklich eine zucht aufbauen und vielleicht die hühner da manuell verkaufen wenn das halt irgendwie wenn das halt irgendwie manuell aufzüchtet ist aber aktuell sehe ich jetzt nicht dass das notwendig ist platziere das tun auf dem boden okay machen wir machen wir so wollen wir mal gucken habe ich doch nun auf dem boden platziert und jetzt muss ich jetzt alles abbauen stelle die kanister erst mal hier hin ich glaube mit dem haus wird noch irgendwas passieren den eierkorb lege ich mal hier hin den hühnern geht soweit ganz gut es kann sein dass ich neu laden muss manchmal hängt das nämlich ein bisschen nur ein bisschen buggy erstmal speichern hallo boden platziert habe ich warum wird da nichts angezeigt hallo hohen hühner herausgeholt habe ich doch füttere das hohen aber das steht hier nicht warte mal menü ich habe ja gespeichert dann gehe ich mal zum hauptmenü und laden noch mal nach im hintergrund läuft übrigens von ranch simulator das mainmenü muss die mainmenü musik kann man sich wenn man das spiel erworben hat sich die musik runterladen und auch für youtube und streams benutzen genau manchmal muss man einfach neu laden so jetzt müssen wir getreide finden und schüttere futter auf die futter stelle und das bedeutet die oma hat uns ein sack getreide hier liegen lassen aber das wird nicht lange aushalten da müssen wir auf jeden fall noch mal hin so wenn es einfach so fallen lässt passiert gar nichts sollte du musst es halt wirklich schon hinstellen mit e verschütten so jetzt haben wir wieder einmal mit wasser ausgeschüttet nein nicht ausschütten wassertank haben wir gefunden den müssen wir irgendwo auf der ranch platzieren das ist sauberes trinkwasser für die hühner das hat aber nur mit das kann es aber nur mit ein paar ladung machen bis das ding voll ist jetzt müssen wir den eimer finden ja der eimer ist hier drin und dann müssen wir den eimer mit wasser füllen ist einfach hier drauf dann sieht das auch schon mal ganz gut aus so wunderbar dann nehmen wir das ding und stellen das dann hier in die nähe der futter stelle den hühnern geht es gut die laufen hier noch ein bisschen frei rum von mir aus erstmal diese bäume hier irgendwie woanders dahin legen vielleicht mal hier auf die ladefläche vielleicht kann man mit denen noch irgendwas machen also in der regel weiß ich ja schon was man damit machen kann aber wir haben jetzt keine ausdauer anzeige oder so das bedeutet wir müssen jetzt nicht zwingend schlafen gehen wir müssen jetzt auch nicht zwingend essen und so gab auch mal von dem ein oder anderen den vorschlag dass man das vielleicht machen sollte aber ich sage es ganz ehrlich glaube nicht dass das eine gute idee ist wenn man jetzt noch den ranger selbst noch irgendwie durchfüttern muss weil dann wird es eher zu einem survival survival abenteuer mit alleine unterwegs bist du hast halt ein paar hühner ein paar stelle und noch andere tiere und muss sich halt um alles kümmern dann musst du natürlich bäume gefällt und hindernisse entfernt baue ein hühner stall das bedeutet hier müssen wir erst mal ein bisschen freiräumen so hahn mach dich mal vom acker hier sonst gibt's geht das eigentlich hier im rasenmäher drüber wenn du in einem fahrzeug sitzt auch ran und raus so muss das gehen siehst du ich hab doch gesagt dass es keine lady mit der man sie das ist keine dame das ist keine dame der leichten schulter einem schlag fällt die bäume mit der haxt aber da schickt so jo werden wir sowieso brauchen dementsprechend vielleicht ist es ganz gut wenn ich die hier so ein bisschen schon mal auf dem linksbums lege mit l kannst du übrigens eine lampe an machen dann hast du hier so eine komische die guckt halt immer dahin wo du drin bist das bedeutet du kannst das gesicht von ihr nie wirklich kannst deinen charakter nie wirklich von vorne sehen ist ein bisschen schwierig so wenn es ein bisschen tricky machst kannst du auch kannst auch ein bisschen stapeln müssen den rasenmäher noch machen war das aber wie gesagt erst mal den baum weg und daher mit denen glaube ich richtig wenn wir das holz richtig platziert haben dann läuft das wunderbar super hier wo damit habe ich mich jetzt auch schon einige stunden mit dem spiel beschäftigt das gefällt mir sehr gut und ich hoffe das ende des monats am letzten so wie ich die entwickler verstanden habe am letzten donnerstag des monats machen sie immer hot patches oder updates raus und im april gibt es ein riesen update da wollen sie dann noch den laden verbessern und solche sachen so wir haben 199 dollar die frage ist ach so das war das abriss okay wir können hier können stelle bauen großer hühner stall mittlerer hühner stall kleiner hühner stall oder dem premium hühner stall natürlich schon die idee für die premium hühner stelle so wie ich das auch im dingsbums mein privat spielstand gemacht habe der mittlere ort den würde ich natürlich schon gerne bauen empfohlen für die haltung von maximal acht händen drei händen war ich erst mal den kleinen hühner stall und hier 500er kann man dann noch theoretisch was reinbauen aber das ist eigentlich egal so das sieht doch schon mal ganz gut aus so wir werden jetzt erstmal schlafen gehen dann sind die hühner ich hoffe die kehren dann zurück in den stall ansonsten lege ich die noch mal manuell in den stall dass sie wissen dass sie dahin gehören den werden wir natürlich abreißen und größeren hühner stall hinbauen hier kannst du nur den mit kleinen oder den mittleren hühner stall hinbauen das finde ich ein bisschen schade und das andere ruhen ist dahin ich habe keine lust dass sie mir abhauen dementsprechend ist es vielleicht ganz gut um 21 uhr gehen die sowieso schlafen könnte ich natürlich gucken ob ich die vielleicht darin einsperre aber das problem liegt natürlich daran dass sie noch keine futterluke haben so dieses haus ist nicht mehr zu reparieren reißen wir es ab und fangen von vorne an ja das machen wir aber morgen jetzt will ich erst mal schlafen gehen das licht ausmachen ich habe es gamma einstellung übrigens ein bisschen hoch gehauen und dass man ein bisschen was erkennt legen uns mal hin und dann am nächsten tag hauen wir mal raus wie geht es denn den hühnern dem geht es gesundheitlich gut die haben essen und die haben zu trinken das ist doch schon mal super so und um 8 uhr wachen die auf und fangen an zu laufen das ist meistens wenn du viele hühner ist auch der punkt an dem du die frame drops hast es liegt einfach einfach daran dass die mit der andere engine glaube ich dann noch ein bisschen was verbessern konnten auf jeden fall die entwickler haben dann die idee von und ja wir können halt alles abreißen das macht natürlich werden wir sowieso machen wie gesagt hat ja gesagt wir bauen von vorne dann kann ich auch die kleinigkeiten schon mal hier mitnehmen weil du musst natürlich erstmal alles hier manuell abmachen bevor die einfach das haus einreißen kannst von daher das wird in anspruch genommen aber jetzt erst mal den dachboden abreißen können also wie sie können wir sowieso nur vage hier die wände einreißen man nimmt über übrigens keinen fall schaden man kann nur von tieren getötet werden dementsprechend erst mal alles abbauen was der opa uns hier so hinterlassen hat das hat er nach dem krieg alles mit seinen eigenen händen gebaut und die oma hat es verwahrlosen lassen mensch 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 und wir müssen jetzt wir müssen uns jetzt dran verlustieren naja wenn aber er brauchte ich ja selbst ist die frau ja ich muss sagen hier unsere lucy die die macht das obwohl die mal die melissa wollte ja eigentlich dass wir sie inge nennen aber ups dem glämpf hatte ich ja eigentlich versprochen dass wir sie inge dass wir sie lucy taufen also dementsprechend es ist immer ein bisschen schwierig man ist sich nicht so ganz einig wie wir sie nennen kann so ich hab zwar den timer angestartet aber ich scheiße auf den timer so eigentlich wollte ich den dachboden abreißen aber ist egal wir müssen hier sowieso alles abmachen von daher macht es keinen großen sinn da jetzt irgendwie eine spezielle reihenfolge reinzusetzen und den dachboden bei den ersten schock können wir sowieso nur abreißen wenn der dachboden abgerissen ist von daher erstmal hier nach oben na das ist doch schon ein bisschen gelichtet so weg damit hier ein bisschen zur seite scheunstein weg machen nee ich hab keine lust mehr hier meine güte das ist ja alles grausam oh ups gut ich würde sagen das war es mit dem dachboden das ging schneller als gedacht jo das mit dem abreißen ich sag es mal so es hat so es hat so seine vor und nachteile natürlich könnte man es natürlich so machen dass man einfach alles einmalig abreißt dass man sagt hier aus abreißen irgendwie so eine extra option machen oder so aber ich finde dass mir hier alles einzeln einreißt hat auch was sag ich ganz ehrlich das hat auch was die frage ist nur ob man gebaute gebäude nochmal manuell abreißen kann wenn man neue bauen möchte das wäre eine option aber auf der anderen seite muss man auch sagen aktuell gibt es noch keine richtige alternative das bedeutet es gibt verschiedene häuser die du bauen kannst die sind schon im game implementiert die kannst du auch schon angeteasert kriegst du auch schon angeteasert das problem ist allerdings dass du es halt noch nicht bauen kannst dementsprechend wenn du dein erstes farmhaus gebaut hast dann macht es natürlich keinen sinn das wieder abzureißen ob das mit dem update noch kommt weiß ich nicht bis jetzt wurde nur gesagt dass mit dem april update Ende diesen monats sozusagen dass das spiel dann erstmal einen neuen laden der laden wird überarbeitet dann gibt es noch eine weitere eine weitere sache wo du zum beispiel zeug abbauen kannst also wo du was mit deinen materialien herstellen kannst und so weiter und so fort so okay die stöcke die ebenen gelten als dann abgerissen wenn du den dachboden eingerissen hast okay wunderbar so ich guck mal ob das so ein bisschen schneller geht das abbauen ist ein bisschen langweilig aber wie gesagt das machst du in der regel auch nur einmalig oder so selten da kann man das schon mal genießen das ist der erste die erste die oma wollte uns was schönes hinterlassen arschlecken die hat gar nichts gemacht die schrappnelle Boah, wenn meine Oma das hören würde, ich würde sie auf die Backen kriegen. Ich würde so hinter die Löffel kriegen. Gut. Ich würde aber sagen, das ist ein bisschen mehr als. Ich habe mich mal nicht drum gekümmert. Na, aber die Zapete, ne? Das ist aber eine fleißige Dame hier. Reißt einfach mal so und im halben Tag ein ganzes Häuschen ab. Das ist doch schon mal gut. Ich meine, natürlich, wenn das so schnell gehen würde, würde ich dann auch gerne Häuser einreißen. Also nicht meins, aber könnte ich mir gut vorstellen. Abrissunternehmen, Graf am Start. Sie bauen, wir verhauen. Erst mal den Kram hier loswerden. Das hier alles loswerden. Das hier alles loswerden. Eieiei, klick, 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 klick. Das mit den verschiedenen Tapeten und so ein Kram nervt halt, glaube ich, ein bisschen, dass man erst die Tapeten und die Lampen abreißen muss, bevor man hier irgendwas abmontiert. Aber das geht einigermaßen schnell, muss ich sagen. Weil sie bei den Kleinigkeiten nicht ausholen muss. Dementsprechend ist es aktuell eigentlich ganz okay. So, erstmal hier alles wegmachen. Das ist ja grausam hier. So, hinten war ich nicht ganz gründlich. Da stehen noch ein paar. Liegt noch ein bisschen Müll rum. Mensch, Oma, was hast du denn hier gemacht? Wer hat dir denn so eine Farm vererbt? Das ist ja schlimm hier, Mädchen. Naja, sie hat es ja nur gut gemeint. Da kann man jetzt auch nicht böse sein. Aber wir sind ja jung. Wir hauen das schon. Wir machen da schon was ordentliches draus. So. Weg mit dem ganzen Kram hier. Treppe weg. Jetzt sind wir hier oben eingesperrt. Und weg mit dem Kram. So, das müsst ihr jetzt haben. Wir haben jetzt 600 Dollar bekommen. Dafür, dass wir das Haus eingereist, gerissen haben. Super, jetzt haben wir auch wieder super Platz. Bau das Fundament über das Aktionsrad. hier. Sonderangebot. Retro-Farmhaus. Beschreibung. Ein exklusives Haus. Im Retro-Stil ist der Traum eines jeden echten Rangers. Oh, das wäre so schön. Aber wir können es noch nicht bauen. Das ist noch nicht verfügbar. Ähm. Farmhaus-Fertigbau. Luxuriöses, dreistöckiges Haus mit neun Zimmern und einer Garage. Krass. Oh, das hätte ich aber gerne. Farmhaus-Fertigbau Nummer 8. Dreistöckiges Haus mit fünf Zimmern. Zwei-Stöckiges Haus mit drei Zimmern. Ist auch noch nicht verfügbar. Das Nummer 6. Zwei-Stöckiges Haus mit vier Zimmern. Zwei Zimmer. Ein-Stöckiges Haus mit drei Zimmern. Ist auch noch nicht dran. Farmhaus 3. Zwei-Stöckiges Haus mit zwei Zimmern und ein Hintereingang. Fertigbau 2. Zwei-Stöckiges Haus mit zwei Zimmern. Das ist fertig. Das können wir bauen. Das einer können wir noch nicht bauen. Schade eigentlich. Weil das würde mir auch nicht schlecht gefallen. Na gut, machen wir das erst mal. Okay. Nimm den Kanister. Tischsäge. Oh je. Das arbeitet die an Arbeit aus hier. Gut, das bedeutet, wir müssen es halt schon irgendwie selbst bauen. Also es ist nicht einfach so wie aus der Luft gegriffen da. Die Scheune hier können wir wahrscheinlich auch abreißen. Ich glaube nicht, dass wir da noch großartig was bauen können. Aber das gehört so weit ich weiß nicht zur Quest dazu. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Bretter. Das bedeutet, wir machen jetzt erst mal Warum geht der Strom und geht der an wenn wir den auffüllen. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. So. Weißt du was? Ich mache hier erst mal ein kleines Holzlager hin. Vielleicht hier so hin. Und dann mache ich oben nochmal das Auto durch ihn voll. Würde ich sagen. Mit Baumstämmen und vielleicht muss ich ich muss oben sowieso noch ein paar Bäume fällen. Weil wir ja natürlich einige Gebäude bauen wollen. Dementsprechend brauchen wir auch ein bisschen Platz. Jetzt will ich aber erst mal was gucken. Folgendermaßen die Hühner haben Oh, ein Ei. Okay, das Hohne ist sauer weil das befruchtet ist. Das bedeutet das legen wir mal hier hin. Das beruhigt sich nach einer Weile. Das macht zu wenig Schaden. Ja, das Ei liegt doch wieder da. Jetzt lass es gut sein. Wenn du nicht aufhörst erschieße ich dich und verkaufe dich an Meckes. Normalerweise hört die Agro auf nach einer Weile. Na gut, vielleicht muss ich erst eine Weile weg. Okay, das ist weggegangen. Okay, jetzt muss ich aber erst mal wieder ein paar Bäume fällen. Die lege ich dann aufs Auto. Vielleicht sollte ich das Auto so hinstellen dass ich dann nicht so weit weg muss. Die Bäume hier könnten eigentlich stehen bleiben. Die stören bis jetzt ja niemanden. Aber hier vielleicht wenn ich jetzt anfange hier größere Hühnerstelle zu bauen dann sollte der Baum weg. Der Baum sollte vielleicht weg. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ich denke mal die drei Bäume hier können weg. Können alle weg. Ich weiß nicht ob wir die alle brauchen aber wahrscheinlich ja, wenn wir zumindest die Scheune bauen wollen und vielleicht auch voll ausbauen wollen je nachdem wie die wie ja wie lange halt ne. Also eigentlich wollte ich erstmal alles so ein bisschen zeigen. Das geht einigermaßen schnell. Das bedeutet was heißt einigermaßen schnell. Aktuell ist halt noch nicht so viel zu tun. Wollen wir mal schauen ob wir das dann irgendwann mal vielleicht erweitert hinkriegen. Dementsprechend jo, für viele mag das noch ein bisschen langweilig sein gerade wenn man jetzt gerade wenn man bedenkt dass es hier aktuell noch nicht so viel zu tun gibt. Manche sind feiern das Spiel aber wie gesagt auf meinem vielleicht könnten wir wenn das Update rauskommt schon mal ein bisschen mit meinem Privatspielstand ein bisschen weiter spielen. dann muss ich dieses ganze Gefahrme da nicht rein machen aber wie gesagt das Tutorial und ein paar Hühnerstelle würde ich schon gerne aufbauen. Den Rest können wir ja natürlich dann von dem anderen Spiel schon mit benutzen. Also ich habe den Relaunch Sale leider verpasst wo sie das Spiel von 10er rausgehauen haben Anfang April. Das bedeutet ich habe es mir für die vollen 21 Euro geholt ich muss aber sagen dafür an Spielspaß den ich da jetzt schon rausgeholt habe war es das wert und ich denke mal es wird ja nur noch mehr dementsprechend kann ich für meinen Teil wenn man solche Spiele mag absolut eine Empfehlung raushauen vor allem ist es auch einfach du kannst hier einfach ins Menü gehen kannst Freunde einladen und dann kannst du halt mit 2 bis zu 3 Mann wie gesagt im Stream waren wir schon mal zu viert unterwegs da kann man dann schon mal ein bisschen sich die Aufgaben aufteilen in der aktuellen Version gibt es halt noch nicht so viel was man da so machen kann aber wenn man halt zumindest zu zweit oder zu dritt unterwegs ist dann kann einer hier so ein bisschen die Farm managen und zwei Leute können immer so ein bisschen auf die Jagd gehen zu zweit ist es immer ganz gut weil wenn man nämlich alleine ist und man stirbt dann kann man nämlich von einem anderen Spieler wiederbeleben gelegt werden dementsprechend ist es immer ganz gut zwei zu zweit auf Jagd zu gehen weil man nämlich irgendwie Ladehemmung hat oder so oder seinen Revolver nicht immer perfekt aufgeladen hat und man von einem Bär oder von einem Wolf aufgejagt wird kann der andere dann schon mal die Knarre zücken so jetzt müssen wir Bretter herstellen so ein einen von diesen kleinen Baumstellen geben wir mal zwei Bretter das ist schon mal das ist so weit ganz gut bis zu drei Bretter kannst du per Hand nehmen aber wir haben ja hier ein gewisses Nutzfahrzeug von daher machen wir erstmal ein bisschen Holz wir müssen uns ja eine Hütte bauen wir wollen ja nicht irgendwie im Zelt schlafen wir haben schon befruchtetes Reis das dauert zwei ich weiß gar nicht ich weiß nicht also so genau weiß ich nicht wie lang das Dingsbums ist ich muss mir auch später mal die Aufnahme kurz anhören ob man das überhaupt so raushauen kann ich habe nämlich jetzt eigentlich keinen Test gemacht und ich habe mich heute seit Ewigkeit mal wieder mit Shadowplay aufgenommen weil ich zuvor dann irgendwie na ich habe ein bisschen am OBS rumgespielt und für den Stream läuft das super aber für die Aufnahme ist es halt aktuell ein bisschen blöd weil es dann doch zu viel wird und dementsprechend nehme ich für die Aufnahme ganz gerne Shadowplay reicht hier auch für eine ganz normale Testaufnahme da braucht man nicht so viel Schnickschnack wie Zuschauer-Counter Follower-Counter und diesen ganzen anderen Klimbim dementsprechend ist es vielleicht ganz gut sich zwei Aufnahmeprogramme zu holen also für mich zumindest womit ich einmal ganz normale Aufnahmen mache wie sowas hier und eins für Streaming jo gut wie gesagt die Leute die mir sowieso zuschauen die hatten eigentlich ziemlich viele Zuschauer was das angeht bei Rhin Simulator an dem Abend das war letzte Woche Donnerstag oder vorletzte vorletzte Woche meine ich war das gewesen die Zeit vergeht schneller als man erwartet die zwei mache ich noch man weiß ja nie wir werden es auf jeden Fall brauchen die Frage ist nur ob wir das fürs Haus brauchen so wollen wir die jetzt richtig drehen nein das war so nicht geplant ich wollte doch eigentlich hinlegen für den Fall dass das Auto mal irgendwie auf dem Kopf steht das kann nämlich auch passieren kannst du das Auto rumdrehen das sieht dann so aus erstmal ausmachen hier wir haben genug Benzin vergeudet kostet alles Geld dementsprechend sollte man ja schon ja ich denke mal so viel Platz brauchen wir nicht ich bin jetzt hier nicht irgendwie der Millimeter Korinthen Kacker dementsprechend will ich da mal jetzt nicht großartig hier im Tetris irgendwie rum eiern es reicht wenn ich versuche hier die Bretter unter zu kriegen man könnte es natürlich noch schöner machen aber das frisst halt wirklich Zeit muss man einfach sagen da braucht man dann schon Liebe fürs Detail und auch Zeit fürs Detail und ich habe irgendwie keine Lust den ganzen Shit da rauszuschneiden dementsprechend machen wir das einfach mal so pragmatisch ist auch eine Musik muss ich sagen die jetzt auf Dauer die kann man sich ruhig schon mal ein bisschen anhören also da haben sie echt ein schönes Musikstück draus gemacht finde ich auch super dass ihr das erstens gratis zum Download anbieten über Steam wenn man sich das Spiel geholt hat und wenn sie halt auch garantieren dass es da keine DMCA oder GEMA Probleme geben sollte weil das nämlich kein geclaimtes Musikstück ist so wunderbar supi ich weiß gar nicht wie wollen wir sie denn wirklich nennen also manche sagen Lucy ich bin immer noch so überlegen was wir was wir was für einen Namen wir der Dame hier geben können im Stream ist es die Lucy im Roleplay wenn ich hier die alte Mecca Ziege spiele ist es die Ingeborg beziehungsweise die Inge ja und so läuft das wir müssen jetzt überall um nochmal aufs Gameplay aufzugehen überall wo wir jetzt diese Dingsbums hier drin sehen müssen wir diese Hölzer hier einfügen und wenn alle Hölze eingefügt sind dann kommt der Rest dazu das bedeutet das haben sie schon ein bisschen vereinfacht mit Fassade mit ähm verputzt und allem drum und dran da muss man dann auch schon irgendwie ich meine ich kann es verstehen ja man muss es ja auch irgendwie auch machbar machbar machen das ist ja ein Range Simulator ein Bausimulator von daher will ich mich über das Haus bauen nicht beschweren so ich finde es aber auch gut dass es nicht einfach so aufploppt dass man sagt ich zahle jetzt so und so viel für das Haus und der Käse ist gegessen sondern dass man dann wirklich ähm das Haus dann selbst baut dann hat man in meinen Augen dann hat man auch ein bisschen einen besseren Bezug zum Haus als wenn es einfach nur da ist so Dachboden ist soweit fällig jetzt müssen wir nur noch den Vordereingang beziehungsweise ich glaube die Veranda war das machen und dann sind wir was das angeht auch durch ja super mit den Stellen haben sie das nicht gemacht die sind dann fest das sind dann so fertige Konstrukte die man sich dann baut ja kann man natürlich sehen wie man will ich finde es wie gesagt alles jetzt nicht so tragisch zwei Bretter brauchen wir noch das bedeutet wir haben doch mehr gemacht als wir brauchen fertig Glückwunsch du hast die Einführungsquest abgeschlossen und wärst du nur in die Grundlagen du kannst die Welt jetzt erkunden zusätzliche Gebäude bauen Tiere kaufen züchten neue Fahrzeuge erwerben und auf die Jagd gehen um deine Ranch zu erweitern andere Details findest du im Glossar es ist Zeit dein Gehöft zu einer florierenden Ranch aufzubauen viel Glück super werden wir brauchen naja brauchen wir nicht aber ich denke mal so warte mal das nee eigentlich bräuchten wir die Bretter hier nicht aber auf der anderen Seite gut wir können die theoretisch überall hinlegen wo wir wollen aber ich sag's ganz ehrlich ich will's mal so ein bisschen realitätsnah machen okay das kann in den Korb weil das nicht befruchtet ist das ist meistens so dass Hühner die ähm muss natürlich auch kackt hier weg machen das befruchtete Eier oh Harn gib mich auf den Sack so in der Ego Perspektive ist es immer ganz gut so ist jetzt kein Huhn wütend geworden das bedeutet das ist jetzt das sind schon mal zwei Eier das ist schon mal wunderbar ähm was wollte ich sagen ich find's halt immer ganz gut wenn man's auch ein bisschen realitätsnah macht und die Bretter wollen wir ja nochmal zum Bauen benutzen dementsprechend würde ich die gern Orisionsgeschütz und zumindestens unter die Veranda legen und dann können wir uns natürlich gleich nochmal in unserem Haus umgucken und gucken was wir so gebaut haben unser Eigenheim das ist super muss halt aufpassen nicht dass ich mich wieder in diesen Dingsbums verliere ja ein Radio haben wir eingeschaltet das funktioniert aber noch nicht was haben wir hier Waschmaschine Scheißhaus natürlich Badewanne Dusche so wie sich das gehört die Dame hat alles sogar ein bisschen Kunst ist das Blumen oder ist das ein Eis hier ist ein Tisch oh guck mal eine Sparkuh ist das eine Spardose soll das eine Spardose sein oder ist das einfach nur ein Holztikot Küchen oh ne kleine Küche das ist doch schon mal not bad was haben wir hier zweiter Stock mit einem großen Bett und einem Fernseher oh yeah kauf mir einen Pferdestall dann mach ich mir einen lauten Knall auf meinem Zossen durch die Gegend yeah dann regebe ich dem diese Sporen das hat er auch schon geboren nee komm lass gut sein oh wo haben wir das denn her oh natürlich Gemälde und Bücher siehste mal für Intellektualität für Verblödung ist das Fernseher da Intellektualität haben wir ein paar Bücher na das ist doch super das ist ein guter Mix wunderbar jetzt können wir machen was wir wollen wir haben jetzt kein wir haben jetzt alle Aufgaben hinter uns gebracht sozusagen hier liegt noch ein Ei drin die Frage ist ah wir haben wieder Kohle geil dann würde ich gerne hier den Premium Hühnerstall kaufen naja den großen Hühnerstall nicht den Premium entferne zuerst den Rasen okay das machen wir dann morgen gehen wir jetzt erstmal in unserem eigenen Bett schlafen da legen wir uns natürlich direkt mit Klamotten rein nehme ich an ja alter dass ich auch breitbeinig schon gleich da liegt na gut mit einem Revolver in der Hand kann man das schon mal machen braucht man keine Angst zu haben kann man auch bei offener Tür mal schlafen wenn da irgendeiner reinkommt der nicht reingehört weißt du Bescheid so das ist ein kleiner wir könnten natürlich die Hühner erschießen die verkaufen und dann irgendwie nochmal in Ruhe von vorne anfangen aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl dass wir das nicht wirklich brauchen ach komm schon so trotzdem das will ich nicht bauen weil das ist ein kleiner Hühnerstall den würde ich auch gerne wieder loswerden und den ist das schon der kleine oder das ist der kleine ne so hier sind noch ein paar Baumstämme die lege ich nochmal unten zu den anderen dass wir hier wenigstens ein bisschen Platz haben habe ich echt so viele Bäume gefällt das habe ich gar nicht so in Erinnerung vielleicht sollte ich das Auto mal ein bisschen näher schalten und ich brauche muss Futter kaufen das bedeutet wir haben hier noch ein bisschen zu tun ich würde sagen wir bauen noch eine Scheune dann sind wir mit dem eine Scheune die Hühnerstelle und dann sind wir soweit auch durch und der Rest mache ich dann vielleicht eine Aufnahme von meinem Dingsbums von meinem anderen Spielstand dass man mal so sieht was man so hat oder wie das dann aussehen kann obwohl man da extrem viele Fraindrops hat also das wird grausam also wenn ich da zu viele Hühner habe oder so dann komme ich schon teilweise auf 20 FPS runter und das ist halt nicht so geil aber wie gesagt die Entwickler haben gesagt haben zumindest in ihrem Discord Channel gesagt dass die da schon eine Ahnung haben was es sein kann und dass sie auch schon eine Idee haben wie sie es lösen können sie brauchen einfach nur Zeit das zu realisieren dementsprechend einfach mal das Update abwarten jo ihr könnt ja dann in die Kommentare schon mal schreiben ob euch das Spiel interessiert wie euch das gefällt und allem drum und dran die die mir aufs die die auch meine Streams mit angucken natürlich die sind davon befreit das bedeutet die können ja dann auch in den Chats die wissen ja dann auch Bescheid in den Chats wie wir das handhaben dementsprechend alles gut so das mache ich jetzt nicht als Abmoderation sondern einfach nur um ein bisschen Gesprächsstoff zu füllen und natürlich um es jetzt schon mal anzumerken für den Fall so normalerweise müsste man eigentlich die Tiere killen dass sie nichts verbrauchen ein gewisses Maß an Jagdfieber hier reinsetzen Jagdfieber ist auch ein schöner Film haben wir uns früher mit der Family immer angeguckt jo bleibe ich den hier im DVD-Regal noch rumstehen oder liegt der bei meiner Mutti ich glaube der liegt bei meiner Mutti auf jeden Fall was wollte ich sagen ja wollte ich das einfach nur mal anmerken dass man da vielleicht dann schon mal das ein oder andere triggert ansonsten werde ich mir sowieso erstmal die Aufnahme angucken wenn das Mikrofon ja so leise ist und die Musik und allem drum und dran habe ich jetzt nicht abgestimmt ich habe das jetzt nur mal nach Ohrgefühl gemacht dementsprechend kann es natürlich sein dass die Aufnahme vielleicht gar nicht rauskommt muss ich nochmal schauen aber ich sehe gute Dinge wenn sich das so anhört wie ich es selbst auch höre dann mache ich mir da überhaupt keine Gedanken wir werden auf jeden Fall hier noch ein paar Minuten spielen ich habe ja gesagt mindestens die Hühnerstelle würde ich gerne bauen oder zumindest mal auf Jagd gehen dass wir uns mal hier ist immer was los so wir könnten natürlich jetzt eigentlich mal wenn wir hier sowieso nicht dauerhaft spielen wir haben das Tutorial jetzt durch und die anderen Spichstände werden vielleicht mal ein anderer Spichstand genommen da können wir uns eigentlich mal ein bisschen umgucken unten gibt es auch einen Baumarkt der ist noch nicht offen das bedeutet da ist nur da ist nur das Gebiet schon nochmal drin die Map ist eigentlich so relativ groß für den Simulator muss man echt sagen akzeptabel wir machen jetzt hier nochmal einen Rundgang hier geht es nicht weiter hier ist die Road closed kann man auch nicht also kann man schon reinlaufen aber weiter als da hinten geht es nicht hier gibt es auch nichts besonderes oder so ich weiß halt nicht ob sie da noch was einbringen oder nicht keine Ahnung das Spiel hat einfach sehr sehr großes Potenzial vor allem wenn man es halt mit mehreren Leuten spielt dass man sagt man macht wirklich ein gutes Multiplayer Spiel draus so jetzt muss ich nur gucken wo ich lang will ich wollte Richtung Baumarkt das bedeutet ich muss Richtung Süd Süd Südwest können wir nochmal gucken ob man da vielleicht noch ein paar Tiere begegnen hier unten im südlichen Teil des Landes der Karte ist es natürlich auch hier sehen wir schon Wolf der braucht nur einen Schuss aber wie gesagt der greift euch direkt an so ich lock die Tiere immer so gut es geht hier in die Nähe von meinem Tor und fertig böser Wolf mach Sitz Rackdoll Rackdoll geht das? ne gut man kann theoretisch noch mit dem Auto drüber fahren aber das ist ja dann so viel zwei flache zwei flache Fleischlappen könnten wir theoretisch übereinander stapeln obwohl das eine ist groß das andere ist klein da gibt es auch einen minimalen Unterschied die einen sind größer die anderen sind kleiner jo hier vorne gibt es einen Wolf und da drüben Bären die können auch interagieren ich habe es einmal gesehen wie ein Bären Hirsch erlegt hat weil der Hirsch irgendwie gespawnt ist und dann laufen die frei über die Map rum das bedeutet die bleiben nicht da an ihrem Ziel die spawnen immer nur hier kommt ein Baumarkt hin sieht man natürlich auch schon Toolshop Toolshop Mowers und Electronics das könnte schon mal interessant werden da kann man rein ich habe ja gesagt wir machen jetzt mal eine kleine Sightsegentour hier hinten ist eine Alpha Wand das bedeutet ihr Pferdner fahren noch keine Schienen entlang und ich glaube hier kann man auch noch nicht durch oder ne ja geht nicht das ist eine Alpha Wand vielleicht vielleicht eines Tages man weiß es nicht könnte natürlich sagen wir könnten versuchen die Planken zu verkaufen die Holzbretter kannst du im Laden auch verkaufen die bringen zwei Dollar das Stück wenn du mal berechnest dass du noch Benzin dafür brauchst ist es ein sehr mickriges Geschäft wow wo kam der denn her also mich jetzt erschreckt du blöder Wolf ich wollte mich doch hier nur umgucken aber naja wie gesagt das kommt noch wer weiß was hier reinkommt so sind hier nur zwei Fleischstücke das ist jetzt so ein Eckstück die kann man nicht stapeln die kann man nur auf andere Stapel draufstellen zur Not also es ist eigentlich ganz gut so um die Hühner und alles kümmere ich mich jetzt nicht wie gesagt ich lasse jetzt nicht extra verhungern oder so aber das ist jetzt kein Spielstand der länger bestehen bleibt das habe ich jetzt nur zur Schau gemacht im übrigen für den Fall eines Falles dass man hier unten vielleicht doch verrecken kann dafür gibt es diese Bushaltestellen hier diese Schnellreisestellen ich glaube nicht dass es Schnellreise sind aber hier kann man zumindest das Spiel mal speichern für den Fall dass da jetzt noch mehr ist so hier gibt es hier unten gibt es auch noch ein Grundstück das würde ich gerne mal sehen da wo das Dingsbums ist so da ist auch schon mal ein Bär die fressen vier Schuss kann man ein bisschen predikten schießt sie einmal an dann kommen sie zu dir und dann einfach dreimal draufhauen und dann wenn sie in der Nähe da sind wo du sie auch holten kannst kannst du sie perfekt erlegen so jetzt geht wieder das Fleischjenga los die Stunden in Tetris machen sich langsam bezahlt obwohl wie gesagt so lange so extrem werde ich das eigentlich jetzt gar nicht benutzen einfach aus dem Aspekt her dass wir die Farm nicht so lange spielen so hier unten muss man aufpassen hier gibt es hier ist es Bärenspawn Gebiet hier kann man noch nicht rein also offiziell noch nicht geht aber mit einem kleinen Trick geht das zwar muss man hier auf den Wagen springen dann macht man erstmal ein bisschen Ruhe wir wollen ja nicht sterben die greifen uns ja sofort an kann hier durch den Zaun schießen das ist alles kein Problem wir haben auch nicht mehr so viel so viel Muni dementsprechend sollten wir vielleicht mal langsam zum Laden gehen nochmal ein bisschen Munition kaufen so das ist auch wieder so ein kleines Stück warte mal das kann doch auch hier rein wenn man es richtig macht normalerweise benutze ich da immer ganz gerne die Funktion von meiner Maus die schneller und langsamer zu machen aber aktuell ist da gibt es ein kleines Problemchen dass der langsamer Button nicht richtig funktioniert da muss ich mal gucken was das ist so hier haben wir wieder so ein kleines Stück warte mal das könnte natürlich das kleine Stück könnte natürlich hier noch hinpassen yeah so den Bär nehmen wir natürlich mit das ist ja klar ne der gibt oh der gab fünf Batzen Fleisch das ist gut ja komm wir haben ja sowieso nicht so viel dementsprechend müssen wir nicht müssen wir jetzt nicht unbedingt auf den Platz achten von daher machen wir die Ladefläche voll wunderbar so wie kommt man hier rein so einfach über das Auto drüber springen und dann kann man sich das mal angucken was genau das ist ob damit irgendwas gemacht wird weiß ich noch nicht dafür gibt es noch keine Pläne aber so ein Haus hätte ich gern sieht ganz schick aus kann aber leider noch nicht rein hier gibt es auch sonst noch nichts zu finden von daher glaube das sind einfach so Modellplatzierungen die dann später vielleicht kommen naja wie gesagt wie kommt man jetzt hier raus das kann man mit einem Auto machen deswegen habe ich das Auto hier geparkt gehe es von hier rein ganz einfach rein und Feuer frei so jetzt gehen wir erstmal zum Laden nee noch nicht hier gibt es noch eine Sache die ich gerne mir angucken möchte erstmal den Weihnachtsbaum platt gefahren super so ich bin hier ein bisschen vorsichtig am fahren damit wir hier einfach hier ist noch ein Hirsch aber ich habe eigentlich mehr als genug mehr als genug auf dem Dingsbungs auf dem Wagen so ich will mal gucken hier lang wollte ich hier gibt es ja noch was zu entdecken hier gibt es auch noch eine Jägerhütte das ist auch so ein bisschen gemein kann man auch offiziell mit einer Straße durch aber wenn wir schon so ein Ding haben ein kleiner Trampelpfad kann man auch schon reingehen have you lost a chicken have you lost a chicken unhappy unhappy chicken found around midnight at Belmont at 4th on Friday 7. Juli call with a description if you think it's yours alles klar unglaublich unglückliche Hühner finden sich mitternacht hier irgendwie in der Nähe am 4. am 4. Freitag und 7. Juli ruf einfach an wenn du glaubst dass es deins ist so hier gibt es noch eine Jägerhütte gibt es noch eine Schallplatte und allem drum und dran Hess Finch interessant das ist kein unbekannter Name Finch habe ich neben einem oder anderen Western schon mal gehört aber ansonsten kann ich leider nichts dazu sagen wie gesagt das Gewehr kann man noch nicht nehmen schade eigentlich schade eigentlich so wir müssen in den Laden aber wir sind eigentlich mit der Sightseeing Tour noch nicht fertig wir machen eine Sightseeing Tour und dann beenden wir das Let's test und dann muss ich mal gucken ob ich vielleicht meinen alten Spielstandard ob ich da noch eine kleine Vorzeigerunde reinbaue oder ob ich das einfach dann für die Stream Dingsbums offen lasse so einfach geradeaus schaffen wir das ja das Ding schafft es überall drüber super wir sind eigentlich in der richtigen Richtung relativ stark im Norden Norden Nordwestlich auf Berg hoch hat er schon ein bisschen zu kämpfen aber das haben alle Autos hier vor allem der Lkw könnten natürlich auch zu Fuß hier lang laufen aber das ist mir dann doch zu langwierig ich glaube ich sollte einfach die Straßen langfahren die führen zumindest den richtigen Weg entlang aber auf der anderen Seite denke ich mir why können wir auch ein bisschen durchfahren ziehen im Tank haben wir auch noch genug gibt es auch in der Nähe vom Laden gibt es auch einen Trailerpark mit ein paar Zelten wo man schlafen kann aber ansonsten war es das eigentlich genau hier da bin ich mal gespannt was das gibt weil hier kann man nämlich auch irgendwie rein aber nicht offiziell sondern wie gesagt einfach aus dem Weg den ich euch gezeigt habe hier gibt es Felder ich bin mal gespannt vielleicht kann man ja später hier auch das Feld hier weitermachen so dass hier das gesamte Land so ein bisschen in unser Besitz kommt so dass man vielleicht sich also entweder ist es show so dass der Laden dort sein Futter dort her bekommt oder dass wir hier eines Tages unser eigenes Futter machen können alles noch offen und hier ich weiß nicht was das ist das könnte natürlich vielleicht eine Ranch sein weil man sich ja noch mehrere Tiere kaufen kann Büffel Island Rind und so weiter und so fort Pferde und alles ist ja alles noch nicht frei und ich denke mal hier doch hier ist eine Schaltplatte hier kann man theoretisch schon rein also es zumindest vom Spiel hoffe ich so gewollt aber ansonsten nein 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 da wollte ich nicht hin jo bin ich mal gespannt was das aus dem Spiel noch machen ah ich kann hier auch einfach drüber von innen das ist gut muss ich den Autotrick nicht benutzen kann ich hier so von hier drüber nee geht nicht jo super super duper so fahren wir mal den Weg jetzt mal zurück vielleicht finden wir ja noch was aber eigentlich sind wir dann soweit hier gibt es noch eine kleine Auslauf hier gibt es hier gibt es noch was hier kann man glaube ich nicht rein ne die Türen sind zu habe ich schon probiert ich meinte da gäbe es noch eine offene Tür aber da habe ich mich einfach verschätzt wunderbar das ist doch schön jo das war Ranch Simulator kann noch interessant werden müssen wir mal schauen ich weiß gar nicht so wie viel Kohle habe ich ah ich habe ja genug Geld warum baue ich da nicht in der Ranch irgendwas wo muss ich denn zur Ranch einfach geradeaus weißt du was das machen wir mal einfach mal Queffeld einfahren ja das hat nicht so super funktioniert weil die Kamera sich so blöd dreht oh mein Gott so werde ich ja gar nicht fahren können oh nein da bist du richtig bekloppt oh ich habe außerdem das Auto ausgemacht ist eigentlich nicht schlecht wenn man hier durch Rollen irgendwie vorankommt so ein bisschen Spritsparen fahren ist noch ein ungekippter Wagen hier ist noch ein stehender Wagen vielleicht von irgendwelchen Holzfällern mal schauen auf jeden Fall die Bäume wachsen nicht nach das bedeutet hier einfach den Wald abholzen und so sein Geld machen ist vielleicht ein bisschen blöd aber das war größtenteils die Wert da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu finden aber das müssen wir jetzt nicht alles vorweg nehmen und jo warte mal ich will hier nochmal gucken so hier können wir schon mal jawoll einen Brunnen bauen dann brauchen wir diese kleinen Dinger nicht mehr jetzt haben wir noch ein bisschen Money kleiner Hühnerstall Premium großer Hühnerstall hier baue ich den Premium hin achso den Rasen wollte ich mähen stimmt mit L kannst du natürlich auch hier Licht anmachen da muss ich erst noch mal ein bisschen den Rasen mähen ich mähe meinen Rasen das nur für sie und das nur als souvenir dann baue ich einen Hühnerstall ja was sagst du zu mir nee komm lass gut sein ich hatte irgendwie das Lied von Tom und Jerry im Kopf aber irgendwie hat mein Gehirn was anderes ausgespuckt hinterfragen wir das einfach mal nicht und lassen es so stehen wie es ist jo Ramp Simulator ist schönes Spiel also mir macht es total viel Spaß aber ich bin ja auch sowieso eher so der Farmspiel Typ wie ihr an Stardew Valley ja schon gemerkt habt oder an Farm Together oder Harvest Moon etc etc also sind alle so Spiele die ich wirklich mag auch My Time At Port hier ist auch ein schönes Spiel dazu müsste ich eigentlich auch mal den letzten Test machen aber ich habe so das Gefühl dass es im Stream auch nicht so gut ankam Ramp Simulator kam sehr gut im Stream an da wollte ich eigentlich den Stream nochmal runterladen und hier auf YouTube bringen aber das wäre eine neun Stunden Datei gewesen die hätte ich dann noch irgendwie erst nicht nur runterladen müssen ja das ist ja kein Problem aber die dann noch schneiden allem drum und dran und dann ein Stundenhäppchen reinbringen und dann noch uploaden und allem drum und dran das ist mir dann auch echt für YouTube zu viel Arbeit aktuell dafür lohnt sich das halt nicht für mich zumindest und da die wenigen Leute die ja dann auch aktiv auch gucken da die halt sagen okay den Stream habe ich mir an dem den Tag einfach neun Stunden angeguckt dementsprechend brauche ich den nicht hat sich das natürlich so wunderbar Premium Hühnerstall machen wir hier das Ding nochmal rein super man kann natürlich dann auch andere Sachen bauen hier könnten wir eine Scheune bauen aber dann müssten wir eigentlich die große Scheune erst rasen und das Hindernis entfernen kostet 900 so viel Kohle haben wir eh nicht müssen wir erstmal das Hindernis hier abräumen aber in der Regel ist es halt aktuell so dass alles dass sich halt alles das halt alles gleich aussieht erstmal kacke wegmachen die haben nichts mehr zu essen aber wie gesagt das war's mit Ranch Simulator macht's gut Leute wir sehen uns haut rein euer Graf Ciao tschui 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 tschui